Altersteilrente wegen Hinzuverdienstanrechnung fällt 2023 weg. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Würfel sind ja gefallen, die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten, das sind Renten, die vor der Regelaltersgrenze bewilligt werden, fallen ersatzlos weg. Also es tritt sozusagen der Rechtszustand ein, als wenn Sie praktisch einen Verdienst haben ab der Regelaltersgrenze Rente. Da gibt es ja auch keine Anrechnung des Hinzuverdienstes mehr. Mit dieser neuen Regelung im § 34 SGB VI gibt es aber noch eine weitere interessante neue Regelung. Unter anderem, dass es eine Altersrente als Teilrente wegen Hinzuverdienstanrechnung ab dem 01.01.2023 nicht mehr geben kann. Insoweit muss die gesetzliche Rentenversicherung viele tausende Rentenbescheide ab dem 01.01.2023 neu fassen und bis zum 01.01.2022 gezahlte Teilrenten wegen Anrechnung des Hinzuverdienstes dann ab 2023 als Vollrente auszahlen. Ich vermute, das wird 1, 2, 3 Monate dauern, bis die Rentenversicherung da allen Versicherten oder Rentenbeziehern neue Rentenbescheide zugestellt hat. Wer von einer solchen Teilrentenzahlung im Jahr 2022 betroffen ist, kann auch selbst handeln und sollte der formhalber, sicherheitshalber seiner Rentenversicherung mitteilen, dass der Hinzuverdienst ab 2023 auf seine Altersrente nicht mehr angerechnet werden darf, wenn er denn eine vorgezogene Altersrente noch bezieht und die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht hat. Die volle Altersrente dürfte naturgemäß höher sein als die Teilrente. Mehr Netto in der Geldbörse für viele Altersrentnerinnen und Rentner, das finde ich auch nicht so schlecht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.